Die neue Drohnenverordnung trat am 31.12.2020 in Kraft und hat zahlreiche Änderungen gegenüber den alten Drohnenverordnungen von 2017 mitgebracht. Auch für den Flug von FPV-Drohnen per VR-Brille. Was bedeutet aber die neue EU-Drohnenverordnung für den Drohnenflug von FPV-Drohnen? Die neuen Gesetzestexte lesen sich erstmal so, als würde der Flug von FPV-Drohnen nur noch über Privatgelände möglich sein. Wenn man jedoch in den offiziellen Dokumenten etwas tiefer gräbt, erfährt man sogar ein paar Vorteile gegenüber der alten Regelung. So habe ich einen offiziellen Beweis dafür gefunden, dass du mit einer FPV-Drohne nun auch außerhalb des Sichtbereits des Piloten auf 120 Meter Höhe fliegen kannst. Aber ein wichtiger Disclaimer vorweg. Dieser Beitrag stellt keine Rechtsberatung dar, sondern ist nur meine aus eigenem Antrieb recherchierten Ergebnisse. Sollten sich Änderungen ergeben, werde ich dies natürlich in Form von Updates hier im Beitrag unter dem Video mit euch teilen. Zum 31.12.2020 traten die europäischen Betriebsvorschriften für unbemannte Luftfahrtsysteme in Kraft. Das EU-Recht ist in Deutschland unmittelbar gültig und verdrängt automatisch anderweitiges nationales Recht. Im bisherigen nationalen Recht der LuftVO, also der Luftverkehrsordnung, war das Fliegen ohne Sichtverbindung normalerweise gänzlich verboten. Das bisherige Recht sah aber eine Ausnahme für FPV-Drohnen im § 21b vor. Dort lautet die bisherige Ausnahme wie folgt. Als nicht außerhalb der Sichtweite des Steuerers galt der Betrieb eines unbemannten Fluggeräts mit Hilfe eines visuellen Ausgabegeräts, insbesondere einer Videobrille, wenn dieser Betrieb in Höhen unterhalb von 30 Metern erfolgt und die Startmasse des Fluggeräts nicht mehr als 250 Gramm beträgt. In der offenen Kategorie hat sich nun im EU-Recht mit der Drohnenverordnung 2021 Folgendes gegenüber der alten Drohnenverordnung in Bezug FPV geändert. Du darfst nun mit einer maximalen Höhe von 120 Metern und nur innerhalb der Sichtweite der sogenannten V-Loss, also der Visual Line of Sight, fliegen. Die neue Drohnenverordnung sagt dazu genau Folgendes. Unbemannte Luftfahrzeuge in der offenen Kategorie werden in direkter Sichtweite betrieben. Es macht dabei gar keinen Unterschied, ob der Betrieb am Tag oder in der Nacht mit Hilfe von Lichtern stattfindet. Weiter im Text heißt es dann noch, Sichtreichtweite bedeutet, dass der Pilot in der Lage ist, einen ununterbrochenen Sichtkontakt mit dem unbemannten Luftfahrzeug ohne technische Hilfsmittel aufrecht zu erhalten, sodass dessen Flugweg so gesteuert werden kann, dass Kollisionen mit anderen Luftfahrzeugen, Menschen und auch Hindernissen vermieden werden können. Zunächst hört sich das an, als könnte man FPV nun gar nicht mehr rechtskonform außerhalb von Privatgelände oder von Veranstaltungen fliegen. Wichtig ist allerdings dabei die offizielle Definition des Begriffs FPV in Verbindung mit V-Los. Das Luftfahrtbundesamt beschreibt auf deren Schulungsseiten für die Kompetenznachweise FPV wie folgt. FPV ist die englische Abkürzung und steht für First Person View und beschreibt das Fliegen mittels einer virtuellen Realität, also VR. Ein solcher Betrieb wird als V-Los eingestuft, da sich das Fluggerät in direkter Sichtverbindung des verpflichtenden Beobachters auffällt. Der besondere Betrieb ist nur dann möglich, wenn eine zweite qualifizierte Person als Beobachter agiert. Diese Person übernimmt dann alle Pflichten des Fernpiloten bezüglich der Überwachung des Luftraumes und der Umgebung, während der steuernde Fernpilot z.B. mit einer sogenannten VR-Brille fliegen kann. Der ist also in diesem Fall für die Sicherstellung des V-Los-Betriebs zuständig und übernimmt die entsprechenden Pflichten. Der Beobachter muss sich in diesem Fall neben dem Fernpiloten befinden und das unbemannte Luftfahrzeug unmittelbar beobachten können. Zwischen den beiden Personen muss eine direkte und effektive Kommunikation festgelegt werden, damit die sichere Durchführung des Fluges gewährleistet ist. Wenn Du also einen Beobachter an Deiner Seite hast, dann kannst Du ab nun Deine FPV-Drohne auch auf 120 Meter Höhe fliegen, wenn sie sich im Sichtbereich eines Beobachters, eines sogenanntes Spotters, auffällt. Die alte Grenze von 30 Metern in der Höhe ist also auf 120 Meter angehoben worden. Der alleinige Flug über FPV ohne eines Spotters auf diesen Höhen ist jedoch nicht mehr erlaubt. Eine wichtige Frage blieb mir jedoch noch sehr, sehr offen. Können wir weiterhin mit der bestehenden Ausnahmeregelung des §21b der Luft-VO eine FPV-Drohne unter 30 Meter und unter 250 Gramm Gewicht auch ohne Hilfe eines Potters fliegen? Folgende Indizien sprechen eigentlich dafür. Ich sage Dir aber jetzt schon vorweg, dass das LBR anderer Meinung ist. Die offizielle Stellungsnahme findest Du am Ende des Videos. Auf der Seite der Bezirksregierung Münster steht zu der folgenden Frage eine eindeutige Antwort. Was passiert mit den Erlaubnispflichten des §21a und den Verbotsnormen des §21b der Luft-VO? Die Erlaubnisbestände und Verbote der Luftverkehrsordnung, die nicht durch das EU-Recht anderweitig geregelt werden, bleiben zunächst gültig. Hört sich gut an. Die Ausnahmeregelung des §21b ist im neuen EU-Recht dabei meiner persönlichen Ansicht nach nicht explizit geregelt und ist wohl weiterhin ein Bestandteil eines nationalen deutschen Rechts, welches gegen keinen Text der neuen EU-Regierung widerspricht. Der §21b der Luft-VO ist zudem weiterhin online und damit wohl immer noch gültig. Weil mich die Frage aber nicht loslassen und ich Klarheit haben wollte, habe ich beim Luftfahrtbundesamt direkt angefragt, mit der Bitte, diese Frage für uns alle zu klären und eine Antwort tatsächlich erhalten. Der Referatsleiter für unbemannte Luftfahrtsysteme hat mir auf meine Frage hin Folgendes geantwortet. Er sagte, mit der ersten Interpretation haben Sie recht. In der offenen Kategorie dürfen Sie FPV fliegen, wenn Sie einen Spotter zur Seite haben. Die Höhenbegrenzung liegt entsprechend der offenen Kategorie nun bei 120 Metern. Mit dem zweiten liegen Sie allerdings falsch. Die EU-Verordnung legt fest, dass in der offenen Kategorie nur direkte Sichtweite geflogen werden darf. Die oben genannte Auslegung, dass das mit einem Spotter erfüllt wäre, ist schon eine sehr weite Auslegung und kommt aus der FAQ der EASA, der wir uns jedoch aus praktischen Erwägungen anschließen. Wenn es auch für eine derart weite Auslegung nach unserem Dafürhalten keine gesicherte gesetzliche Grundlage gibt. Der Spotter hat in erster Linie die Aufgabe, den Luftraum zu überwachen, den der FPV-Pilot aufgrund seines begrenzten Sichtfeldes nicht im Blick hat. Im deutschen Luftrecht waren Flüge unter 30 Meter mit einer Videobrille als innerhalb der Sichtweite definiert worden, was an sich schon eine sehr eigenartige Herangehensweise war. Ziel war es wohl, den FPV-Piloten weiterhin ihre Freizeitaktivität ohne große Hürden zu lassen. Das EU-Recht sieht diese Möglichkeit nicht vor. Daher ist es derzeit nur die einzige Lösung über den Spotter, die wiederum auch nicht gesetzlich verankert ist. Den originalen E-Mail-Verkehr kannst du übrigens bei mehr Gegenanfrage erhalten. Vielen Dank nochmal auch an dieser Stelle für die Rückmeldung des Luftfahrtbundesamtes. Sie haben derzeit mit der E-ID sehr viel um die Ohren und haben dennoch meine Frage ausführlich beantwortet. Mit dieser offiziellen Antwort aus einer dazu befähigten Stelle sollte jetzt Klarheit geschaffen und alle offenen Fragen geklärt worden sein. Wenn du an den Quellen für meine Aussagen interessiert bist, dann klick auf diese Linkkarte. Dort habe ich dir in meinem Blogbeitrag zum Thema verlinkt, in dem sich alle Quellen explizit befinden. Und solltest du meine Kommunikation mit dem LBR anzweifeln, dann kann ich dir gerne die Mails auf deine Anfrage hinzeigen.